Mir ist nach einem Vortrag, ich glaube sogar nach dem Vortrag, den ich ähnlich in Innsbruck gehalten habe, eine E-Mail zugeschickt worden mit einem Russell-Zitat, mit dem ich mal anfangen möchte. Von Russell stammt der Satz, die Menschen werden unwissend geboren, aber nicht dumm. Dumm werden sie erst durch Erziehung. Ich weiß natürlich nicht, was der Russell da genau mit gemeint hat. Der Satz trifft aber was. Allerdings bedarf er einer nicht unwesentlichen Ergänzung. Die Menschen werden durch Erziehung nicht nur dumm gemacht, sondern große Teile werden von ihnen zudem durch Erziehung in Unwissenheit gehalten. Und Unwissenheit sollte man nicht mit Dummheit verwechseln. Es fällt eben nicht unter Dummheit, wenn man zum Beispiel die Rechtschreibung nicht beherrscht, nur schlecht lesen und rechnen kann, die Nebenflüsse der Donau oder der Salzach nicht kennt, die chemische Formel von Schwefelsäure nie kennengelernt hat und so weiter. Das ist alles fehlendes Wissen. Das kann man sich aneignen. Besser, das könnte man sich in der Schule gründlich aneignen, wenn das Schulwesen tatsächlich das Anliegen verfolgen würde, den Nachwuchs solide in das, was man da so Kulturtechniken nennt, einzuführen und ihm gediegenes Wissen über Natur und Gesellschaft zu vermitteln. Das tut die Schule aber nicht und das ist auch nicht ihr Anliegen, wie ich im Folgenden nachweisen werde. Nicht erst seit PISA weiß man, dass die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen bezogen auf die Mehrheit des Nachwuchses sparsam erfolgt und zwar so sparsam, dass eine Mehrheit der Schüler frühzeitig für die unteren Regionen der Berufshierarchie aussortiert wird oder Teile von ihnen gleich ins Heer der Arbeitslosen durchfallen. Das ist ein Teil von ihnen. PISA hat für Deutschland rausbekommen, ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen für Österreich sind, dass circa ein Viertel des 15-jährigen Nachwuchses zu den sogenannten funktionalen Analphabeten rechnet. Ich glaube, in Österreich ist es ein bisschen weniger, macht ja aber nun überhaupt nichts. Funktionale Analphabeten heißt, die können Texte zwar mit dem Finger auf der Zeile lesen, aber den Sinn nicht verstehen, geschweige denn, darüber vernünftig zu debattieren. Von dem tatsächlichen, von dem absoluten Analphabetismus nochmal ganz abgesehen, der bekanntlich durch Dunkelziffern glänzt, also Leute, die überhaupt nicht lesen und schreiben können als Absolventen von Schule, als Absolventen von Schulpflicht. Die Liste von schulisch nicht ausgeräumter, sondern konservierter Unwissenheit ließe sich beliebig verlängern. Es sind eben nicht nur die Kulturtechniken, die bei Teilen des Nachwuchses brach liegen. Auch an elementaren Grundkenntnissen im Bereich der Naturerkenntnis fehlt es. Ordentliche Kenntnisse über das Funktionieren der hiesigen Gesellschaft sucht man gleichfalls vergebens. Man darf Schüler, übrigens nicht nur die von Haupt- oder Mittelschulen, nicht danach fragen, wie das parlamentarische System funktioniert, was eigentlich genau die Marktwirtschaft ist, was die Arbeit, die Abkürzung von UNO, BVG oder BZÖ, um mal österreichisch zu argumentieren ist und so weiter und so fort. Das ist aber alles nicht Dummheit. Dummheit besteht nicht aus dem, was man nicht lernt. Und der Dummheit fällt vielmehr umgekehrt ziemlich viel von dem, was man lernt und wie man lernt. Und zwar als Hauptschüler und als Schüler der höheren Schule und ich muss ergänzen, auch als Student. Es bedarf sogar, lautet meine zentrale These, einer gehörigen Portion dessen, was ich unter Dummheit fasse, um als mündiger Staatsbürger hierzulande unter den hiesigen Verhältnissen zu agieren, bei Unterwerfung unter die hiesigen Lebensbedingungen sein Leben zu gestalten. Also unter Verhältnissen, von denen man weiß, und das ist in allen kapitalistischen Ländern so, die sind nicht dazu eingerichtet, im Leben des Menschen schön zu machen. Und der Erziehung zur Dummheit fällt deswegen einfach nur mal die allererste Bestimmung, weitere Bestimmungen werden kommen, die Ausstattung der Jugend mit einer Fülle falscher Gedanken über Gott und die Welt. Dummheit, das soll mal abstrakt vorweg sagen, besteht aus der, dem Nachwuchs eingetrichterten Summe von Urteilen über die Gesellschaft, Summe an Standpunkten zur Gesellschaft, in der sie leben müssen, aber eben, wie gesagt, Urteile, die diese Gesellschaft erstens nicht treffen, sie also falsch erklären, aber deren fehlerhafte Bestimmung nicht einfach nur auf Irrtümern basiert. Die könnte man leicht ausräumen. Oder die wären schon längst ausgeräumt und hätten nicht so eine jahrzehntelange Dienstzeit auf dem Puppel. Also erstens falsch erklären und zweitens fehlerhafte Urteile, die System haben. Die System haben. Nun habe ich vorhin angefangen mit dem Russell-Zitat. Da kann ich nur noch sagen, das werde ich zwischendurch mal andeuten, dass schulische Konservierung von Unwissenheit und das, was ich Erziehung zur Dummheit verstehe, eng zusammenhängen. Es wird sich erweisen, dass vorab, als These formuliert, das eine nicht geht, ohne dass das andere zur Anwendung kommt. Die Erhaltung von Unwissenheit, die Konservierung von Unwissenheit per Schule kommt paradoxerweise ohne das Erlernen von einigen Dummheiten nicht aus, wie umgekehrt die Dummheitserziehung zur Konservierung von Unwissenheit beiträgt. Noch eine Vorbemerkung, ehe ich dann einsteige in die Analyse selbst. Dummheit hat auch mit Intelligenz nichts zu tun. Also das, was man als geistiges Vermögen nennt. Dummheit meint hier wirklich allein den fehlerhaften Gehalt und die fehlerhafte und die parteiliche Funktion von Lernstoff. Von Lernstoff. Nicht das, was Schüler und Schülerinnen an mehr oder weniger entwickelter Fähigkeit, ihren Verstand zu besitzen, zu benutzen, besitzen. Weswegen ich mich auch eben nicht zu der Behauptung versteige, dieses Missverständnis gleich vorab ausgeräumt, dass die Dummheitserziehung alle Schüler gleichermaßen dumm macht, wie diese Erziehung bei den Lernenden jeweils ankommt. Was sie von ihr übernehmen, was sie zurückweisen, was ihnen davon gleichgültig ist oder wozu sie eine berechnende Stellung einnehmen oder wozu sie sagen, das stimmt nicht, das ist falsch, das hilft mir in der geistigen Orientierung in der Welt nicht. Das entscheiden immer noch sie, die Schüler, mit ihrer Art, sich geistig mit dem Schulstoff auseinanderzusetzen. Der Nürnberger Trichter ist eben nur das Ideal der Erziehung, nicht ihre Wirklichkeit, bis das einfach als Resultat der Erziehungsleistung im Kopf dann eins zu eins abgebildet wird. Nein, Erziehung ist die Affizierung des Verstandes und was da jeweils mit dem, was gelernt wird, gelehrt wird, von den Schülern angestellt wird, liegt an ihnen. Allerdings, allerdings, diese Einschränkung gleich nochmal, wiederum eingeschränkt. Allerdings wäre die Dummheitserziehung für mich kein so wichtiges Thema, wenn die Schüler sie mehrheitlich als Zumutung für ihren Verstand zurückweisen würden. Das tun sie nicht. Deswegen sehe ich mich genötigt, mich dazu zu äußern. Dummheiten lernen Schüler in allen Fächern, in allen Schulen. Da lernen sie Dummheiten, das sage ich nun mal ohne Begründung, einfach so dahin. Lernen sie über Demokratie, Marktwirtschaft, Familie, Sozialstaat, Privateigentum, Toleranz, Freiheit und so weiter. Aber um das, was der Stoff der Fächer ist, soll es jetzt und heute nicht gehen. Sie lernen nämlich, behaupte ich, und das will ich zum Thema machen, nicht nur den Stoff der Fächer und in denen Dummheiten, sondern sie lernen zugleich ganz elementare Dummheiten durch die Art und Weise, wie in der Schule, in Österreich genauso wie in Deutschland, das Lernen selbst organisiert ist. Diese Art der schulischen Organisation des Lernens ist selbst so etwas wie ein Unterrichtsfach, in dem gelernt wird. Das Fach heißt Erziehung zum, ich nenne das mal Erziehung zum selbstbewussten Konkurrenzsubjekt. So heißt es natürlich nicht, so nenne ich es nur, aber genau ist, das ist sein Inhalt, das ist das, was man lernt in der Art und Weise, wie das Lernen hier organisiert wird. Aber das enthält genug Stoff und es hält genug Dummheitserziehungsinhalte, wie man gleich sehen wird. So. Regelmäßig hören Schüler von ihren Lehrern den Ratschlag, sie hätten sich gefälligst mehr anzustrengen in der Schule, sie hätten sich gefälligst auf den Hosenboden zu setzen und im Unterricht besser aufzupassen, im Zuhause mehr lernen, also sich überhaupt mehr anzustrengen, wenn ihnen daran etwas lege, ihre Noten im Unterricht zu verbessern beziehungsweise die angestrebten Schulziele zu erreichen. Das kennt man. Das weiß jeder, die Erfahrung hat jeder gemacht, die Erfahrung hat jeder auch hier abgespeichert. Allerdings enthält dieser durchgesetzte und geradezu habitualisierte Ratschlag eine sehr fundamentale Dummheit, die den Nachwuchs in der Schule nicht nur als Urteil über die Welt, nicht nur als Urteil über die eigenen Erfolgsmöglichkeiten, sondern auch als Summe von Techniken, wie man sich in der Welt zurechtzuführen hat, begleitet. Es handelt nämlich um das Urteil, ich drücke es mal ein bisschen anders aus, dass jeder Mann mit seiner Leistung in Schule und Studium ist damit die Lernleistung gemeint, selbst das Mittel in der Handhabe in der Schule und im späteren Leben erfolgreich seinen Weg zu machen. Erfolgreich seinen Weg zu machen. Die volkstümlichen Übersetzungen davon kennt man, leiste was, dann wirst du was, dem Tüchtigen gehört die Welt, du bist selbst deines Glückes Schmied und so weiter und so fort. Das sind alles die Übersetzungen, ich könnte das Ganze auch nur wissenschaftlich ausdrücken, da kommt aber nichts anderes bei raus. Ich habe gesagt, Dummheit ist erstens ein falsches Urteil. Warum ist dieses Urteil? Das behauptet, jedermann hätte mit seiner eigenen Anstrengung das Mittel seines Erfolgs zunächst mal in der Schule und im gesamten Bildungswesen in der Halt theoretisch falsch. Falsch ist das Urteil in mehrfacher Hinsicht. Das zeigt sich als erstes daran, dass die Befolgung dieses pädagogischen Imperativs, setz dich auf den Hosenboden, einen großen Haken hat. So wie dieser Imperativ daherkommt, ist er nämlich gar nicht gemeint. So wie er wortwörtlich zu nehmen ist, ist er gar nicht gemeint. Er verspricht den Schülern nämlich gar keinen Schulerfolg als zwangsläufige Konsequenz ihrer individuellen Mehranstrengung. Da werden nämlich, das weiß doch jeder, schlechte Noten von Lehrern nicht deswegen schon korrigiert, weil Schüler ihr nachmittägliches Lehrpensum verdoppeln, weil sie sich in den Schulstoff hineinknien und sich vielleicht einiges von dem wirklich aneignen, was sie im Unterricht noch vorher nicht begriffen haben. Da passt, das ist doch gar nicht der Fall. Wenn ich nachmittags vier statt zwei Stunden lerne, kriege ich nicht automatisch eine bessere Note. Wenn man aber den Hinweis streng dich mehr an, dann kommst du zu Erfolg in der Schule wörtlich nimmt, dann wäre das damit versprochen. Das stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Diese gut gemeinen Hinweise der Lehrer haben einen Haken und der besteht darin, dass die Lehrer die doppelte Bedingtheit dieses Imperativs verschweigen. Das verschweigen sie nicht absichtlich, sie haben selbst keinen theoretischen Begriff davon, sie verschweigen es nicht um absichtlich Schüler in die Irre zu führen, sondern sie verschweigen es, weil ihnen der Imperativ Leistung sei ein Mittel des Erfolges nur so erscheint, wie ich ihn jetzt im Folgenden kritisiere. Die erste Bedingung, unter der der Imperativ überhaupt nur gilt, besteht darin, dass das Lernen dem Maß von Leistungserbringung unterworfen ist. Lernen soll als Leistung erbracht werden. Leistung, elementare Kategorie Arbeit in Zeit, heißt in der Schule eben, dass das Lernen von sachlichem Wissen in allen möglichen Fächern nicht Maß nimmt, an der Zeit die Schüler jeweils unterschiedlich, wie sie gestrickt sind, nach Vermögen, nach Herkunft, nach aktueller Befindlichkeit fürs Lernen und für die Reproduktion des Gelernten in Klassenarbeiten und Tests brauchen, sondern Lernen als Leistungserbringung heißt, Zeit, ein bestimmter Zeitraum wird als äußeres Maß dem Lernen als Vorschrift gesetzt. Bis dann und dann muss die Sache verstanden sein, wenigstens was das schulische organisierte Lernen anbelangt. Für das Rechnen mit einer Unbekannten ist im Lehrplan drei Wochen angesetzt, dann ist Schluss, dann redet der Lehrer sich mit dem Hinweis raus, er hätte noch so viel anderes beizubringen, rücksichtslos gegenüber der Frage, ob der Stoff denn tatsächlich von allen verstanden ist oder nicht. Bei der Klassenarbeit ist diese Subsumption unter das äußere Maß Zeit, vorgegebene Zeitdauer noch deutlicher. Dieses strikte Zeitkorsett führt eben zum Beispiel dazu, dass beispielsweise in einer Mathearbeit die zwei Stunden für die zwei Stunden angesetzt wird, Schüler nur einen Teil der Mathe- und Mathe- und Mathe-Aufgaben fertig machen und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt den Stoff dieser Mathearbeit begriffen haben oder nicht begriffen haben. Ein Schüler, der lange braucht, der gründlich ist, der jeden Schritt dreimal nachrechnet, kommt vielleicht von zwölf Aufgaben nur sechs fertig. Was ist denn dann, obwohl er alle anderen, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, genauso hätte lösen können, was passiert? Die nicht gelösten Aufgaben gelten als nicht gemacht, sprich als Fehler. Eine absurde Geschichte. Er hätte sie lösen können, wenn ich dieses äußere Zeitmaß zwei Stunden und dann ist Schluss ihn daran hin gehindert hätte, in seiner vernünftigen Form der Reproduktion des Gelerntens zu verfahren. Daran allein könnte jedermann schon merken, dass dieses Urteil mit Lernanstrengung hätte man in der Schule den Erfolg seiner Schulkarriere also in der Hand nicht stimmt. Denn die Lernanstrengung, die man unternimmt als Einzelner ist, ja gar nicht, dass den Schülern verfügbare Mittel für gute Noten, weil es sie nämlich unter den Zwang einer äußeren Bedingung setzt, die konträr zur Lernanstrengung zu vernünftigendem Lernen steht. Der Standpunkt bis bis dann und dann muss ich das begriffen haben, bis dann und dann muss ich das, was wir gelernt haben, reproduzieren, bis dann und dann muss ich den Beweis erbracht haben, dass der Unterricht bei mir erfolgreich war, dieser Standpunkt, der bei jedem Test, bei jeder Klausur, bei jeder Klassenarbeit gilt, ist dem Lernen nun nicht gerade förderlich. Man muss immer doppelt denken, was habe ich jetzt zu lösen und schaffe ich das in der Zeit? Das eine ist ein Gedanke, der dem Lernen nicht nur nicht förderlich ist, sondern hintertreibt. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, unter der dieser Imperativ, ich kann auch sagen, diese Leistungsideologie bezogen auf die Schule nur gilt, heißt, sie gilt nur unter der dass sich alle Schüler in der Leistung einem Vergleich unterziehen. Und genau diese Bedingung, Lernen ist Lernen im Vergleich, enthält die nächste Widerlegung dieses Imperativs vom Lernen, von der Lernanstrengung als Mittel des Erfolgs. Das heißt nämlich, nie wird in der Schule und übrigens in der Universität auch nicht, die individuelle Leistung für sich, die jemand erbracht hat, gewürdigt. Sie gilt immer nur im Verhältnis zur Leistung der gesamten Klasse oder des gesamten Jahrgangs oder welche Grundgesamtheit da angelegt ist. Wenn ein Schüler seinen Erfolg mit seiner Lernleistung sicherstellen will, das folgt jetzt daraus, dann reicht es eben nicht, dass er sich einfach anstrengt, dann reicht es nicht, dass er den Stoff gut beherrscht, das ist natürlich gut und wäre eine hervorragende Voraussetzung, aber eben keine hinreichende, er muss vielmehr nicht gut, sondern besser sein, besser sein als seine Mitschüler. Das liegt daran, dass dieses Lernen unter der Bedingung, dass Leistung einem Vergleich unterzogen wird, nichts anderes ist, als das Lernen ist in der Schule als Lernkonkurrenz organisiert, die es in sich hat. Lernkonkurrenz meint folgendes, um an meinem Beispiel anzufangen, da schneidet bekanntlich, wenn das Lernen im Lernen in der Bemessung des Lernerfolgs nicht das individuelle Lernen für sich gemessen wird, sondern im Vergleich mit der Gesamtheit der Klasse oder des Jahrgangs, schneidet bekanntlich ein schlechter Schüler in einer schlechten Klasse besser ab, als in einer Klasse von mehrheitlich guten Schülern. Das innen immer dazu gedacht. Da trifft es sie dann besonders, dass viele ihrer Mitschüler selbst mit weniger Aufwand mehr zustande bringen. Es relativiert sich also, in der als Konkurrenz organisierten Lernen jede Anstrengung des Einzelnen am Ergebnis der Anstrengung aller seiner Mitkonkurrenten. Mehr ist in meiner Schulbiografie mal was passiert. In der 9. Klasse waren wir 36 Schüler und das war zu viel, das musste geteilt werden. Ich war in Mathe, ein Schüler, der war immer so zwischen 4 minus und 5 plus. Die Klasse wurde geteilt, genau in der Mitte des Notendurchschnitts Mathematik. Ich war in der schlechten Gruppe und hatte auf einmal einen Notendurchschnitt von 2 bis 3 kein bisschen mehr kapiert als vorher. Das ist das Resultat des Vergleichs. Umgekehrt wäre es mir natürlich noch schlimmer gegangen. Lernkonkurrenz organisiert heißt aber noch mehr. Lernen als Lernkonkurrenz organisiert heißt, das Lernen aller Schüler wird unter gleiche Lernbedingungen gesetzt. Ganz gerecht geht es vom Verfahren der eingerichteten Lernkonkurrenz zu. Da wird nämlich jeder gänzlich ungeachtet seiner sozialen Herkunft auf das gleiche schulisch organisierte Lernverfahren verpflichtet. Alle Schülerinnen und Schüler werden den absolut identischen Lernbedingungen nach Stoffverfahren und Personal und eben nicht nur nach Zeit Stoffverfahren und Personal unterworfen. Nur ihre Leistung unter identischen Vergleichsbedingungen soll zählen. Das ist der Witz an demokratischen Schulen. Unter identischen Vergleichsbedingungen es soll nicht ihre Herkunft bestimmen, was aus ihnen in der Zukunft wird. Und genau dieses aus der Lernkonkurrenz abzuleitende Verfahren oder Voraussetzung des Funktionierens der Lernkonkurrenz unter gleiche Lernbedingungen gesetzt. Das ergibt denn das, was ich mal nennen möchte, die Rücksichtslosigkeit der eingerichteten und fürchterlich funktionierenden, fürchterlich gut funktionierenden Chancengleichheit. Chancengleichheit. Die gibt's. Nie erhalten Schüler die Bedingungen fürs Lernen, die sie individuell brauchen. Nie die Zeit, die sie zum Begreifen benötigen. Das habe ich ja schon ausgeführt. Nie die ihrer Besonderheit entsprechenden Hilfsmittel, die es ihnen erleichtern würden. Nie die entsprechende Lehrerpersönlichkeit, die auf sie eingeht und so weiter. Um das nochmal anders zu sagen. Um die Rücksichtslosigkeit nochmal anders zu charakterisieren. Kein vernünftiger Mensch würde etwa, wenn er sich außerhalb der Schule Wissen aneignen will, von sich aus auf die absolut verrückte Idee kommen, die Verfolgung irgendeines geistigen Interesses, also wie haben die Ägypter damals die Pyramiden gebaut oder was hat es mit der Atomphysik auf sich. Wer das privat neben der Schule machen will, würde nie auf die Idee kommen, dieses geistige Interesse an ein äußerliches Zeitlimit zu binden. Also nach acht Stunden ist Schluss und wenn ich es dann nicht geschafft habe, muss ich mir mein Interesse abschminken. Ist doch absurd, ist doch mein Interesse. Bei jedem privat organisierten Lernprozess ist die Sache genau umgekehrt. Da diktiert das Interesse am Stoff und der Fortgang, wie dieses Interesse erfüllt wird, die Zeit und da ist die Zeit nichts anderes als die Resultante und nicht das vorgegebene äußerliche Zeitlimit. Damit habe ich übrigens den Punkt erwischt, an dem die Herstellung von Dummheit und die Konservierung von Unwissenheit zusammenhängt. Das habe ich ja am Anfang gesagt, denn wer in der vorgegebenen Zeit den Stoff nicht packt, bleibt mehr oder weniger unwissend. Nach der Zeit ist erstmal Schluss, wenigstens mit der schulischen Unterweisung. Was er privat macht, ist seine andere Geschichte. Und der nächste Gedanke ist ganz wichtig. Man verliert natürlich darüber schnell den Anschluss. Denn wie soll ein Schüler in einem aufeinander aufbauenden Stoffpensum, zum Beispiel in Mathe, mitkommen, wenn er bereits die Grundlagen verpasst hat oder nicht gut beherrscht? Das zweite Argument gegen die in der Schule propagierte Leistungsideologie lautet also, die Schule stellt nicht nur nicht die Bedingungen bereit, dass jeder nach seiner Tour seine individuelle Leistung erbringen kann. Sie verhindert dies vielmehr dadurch, dass jedes Lernen dem Diktat der gleichen Zeit unterworfen wird. Und genau so übrigens produziert die Schule gute und schlechte Schüler. Das ist auf diese Art und Weise, wo Lernen als Leistungslernen in der Konkurrenz eingerechnet ist, das Werk der Schule. Das Werk der Schule. Deswegen darf einen auch nicht wundern, dass auf diese Art und Weise natürlich, wenn alle Schüler beim Lernen unter das Diktat der gleichen Bedingungen nach Zeit, Person, Stoff, Organisation und so weiter gesetzt werden, die bei ihnen vorhandenen ungleichen sozialen und individuellen Voraussetzungen eine riesige Rolle spielen, sich reproduzieren. Na klar, das ist die Rücksichtslosigkeit, diese Gleichbehandlung ist die Rücksichtslosigkeit. Wer im Lernen gleiche Chancen hat, das ist ein Vorgang, ein Prozess, der sich rücksichtslos verhält gegenüber dem, was die Schülerinnen und Schüler an Unterschieden haben. Also ist es paradoxerweise gerade so, dass das strikte sich halten in der Schule am Leistungslernen im Resultat wieder hervorbringen, was man seit PISA auch weiß oder noch vorher gewusst hat, dass sich nämlich die Herkunft als Verteilungskriterium wieder bemerkbar macht. Ja, dann ist es eben so, Deutschland ist es so, in dem ersten PISA-Ranking hat Deutschland den letzten Platz in verglichenen 33 Staaten in der Frage, welche Chancen Kinder aus Arbeiterhaushalten haben, das Abitur zu machen, erreicht. Das ist nicht der Zweck der Schule, aber das ist das Resultat dieses rigoros durchgeführten Leistungslernens, wo alle Schüler unter das gleiche Verfahren subsumiert werden. Die nächste Widerlegung ergibt sich aus dem, was eigentlich der Witz, was eigentlich der Zweck dieser rigorosen Gleichbehandlung sein soll. Diese rigorose Gleichbehandlung weist darauf hin, dass die Schüler, übrigens die Studierenden, gerade mit Bachelor und Master genauso, in ihrer gesamten Schule oder Studienlaufbahn per Konkurrenz einem groß angelegten Vergleichstest unterworfen werden. Und dieser Vergleichstest mündet immer in das Resultat, dass die Schülerinnen und Schüler auf ein Noten- oder Punktespektrum, es ist mir jetzt egal, ich bleibe mal bei den Noten, zwischen 1 und 6 verteilt werden. Als Ergebnis der Lernleistung, das so festgehalten wird, in Noten, gilt in diesem Test offenkundig nicht der individuell gelernte und gewusste Unterrichtsstoff für sich, sondern die Übersetzung des in Klassenarbeiten und Tests reproduzierten Lernstoffs in eine Ziffernote zwischen 1 und 6. Und diese Noten sind das dritte Gegenargument gegen diese Behauptung mit der jedermann in die Konkurrenz einsteigt. Denn, denn, ob 4 Fehler eine 3 oder eine 5 im Diktat oder in Mathe oder in der Geschichtsarbeit sind und an der Note wird allein der Erfolg festgehalten und ansonsten nichts, hängt eben nicht von der Gesamtzahl der Fehler der Klasse ab, sondern allein vom Zweck der Notengebung und von der besonderen Handhabung der Notengebung durch den Lehrer. Ich will es mal durch ein absurdes Beispiel illustrieren. Ein leichtes wäre es nach diesem Verfahren Leistungen, individuelle Leistungen über Quantifizierung von Fehlern in ein Notensystem zu überführen. Ein leichtes wäre es danach immer allen Schülern eine 2 oder 1 zu geben. Dazu müsste man nur der Arbeit mit der größten Fehlermenge eine 2 geben. Und schon wären alle anderen besser abgeschnittenen Arbeiten zwischen 1 und 2 angesiedelt. Lässige Übung. Ja, warum denn bitteschön nicht? Einen sachlogischen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Note und einer bestimmten Fehlermenge gibt es einfach nicht. Gibt es in keinem Fach. Es ist kein sachlogischer Zusammenhang sondern es ist gesetzt. Wie viele Fehler jeweils welche Note ergeben. Und wenn es gesetzt ist, dann muss dahinter ein Interesse, ein Zweck stehen, der sich nicht aus dem Lernen und nicht aus der Konkurrenz selbst ergibt, sondern ergibt sich aus dem Zweck, für den die Lernkonkurrenz in der Schule eingerichtet wird. Ich will, dass es so ist, wenn ich auf den Zweck selber komme, noch mal über ein Beispiel und dass das so sein soll, dass die Schüler verteilt werden auf die Noten von 1 bis 6. In Bayern gab es den Fall einer Lehrerin, die hat es tatsächlich geschafft, in der vierten Klasse den Stoff so beizubringen, den geforderten Stoff ohne Abstriche so beizubringen, dass die alle das begriffen hatten. Sie kamen nicht umhin, denen nur eins und zweien zu geben. Was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen den Fall kennen. Was ist jetzt passiert? Eigentlich müsste man sagen, diese Lehrerin hätte erstens einen Verdienstorden kriegen müssen und zweitens hätte man sagen müssen, sagen Sie mal, wie haben Sie das gemacht? Ist ja toll, da sollen sich alle bitte schön ihre Scheibe abschneiden. Pustekuchen, Was ist passiert? Sie ist zur Rektorin der Schule zitiert worden und die Rektorin hat gesagt, Sie haben Ihren Beruf verfehlt. Sie wissen ja nicht, worauf es in der Schule ankommt. Sie haben mit diesen Klassenarbeiten jetzt kommt ein schönes Wort, das alle Lehrer und alle angehenden Lehrer, also Lehrer, Studenten kennen, Sie haben Ihre Kinder unterfordert. Was sagt es eigentlich? Die Kategorie unterfordert, übrigens genauso wie überfordert. Unterfordert heißt, Sie müssen die Arbeit so ansetzen, dass klar wird, ein großer Teil der Schüler, die sich an dieser Arbeit zu bewähren haben, schneiden schlecht dabei ab, weil sie den Stoff zu dem Zeitpunkt nicht begriffen haben oder nur halb begriffen haben, wo der Test erfolgt. Das ist Aufgabe und dass das gemacht wird, belegt nichts anderes als Verteilung der Schüler auf die Notenskala. Die Notenskala heißt ja auch nicht, der Lehrer geht danach in sich und sagt, um Gottes Willen, was habe ich für einen schlechten Unterricht gemacht? So und so viele Schüler haben den Stoff nicht begriffen, ich muss nur mal von vorne anfangen. Ist ja gar keine Rückmeldung für ihn, die Sache ist, mit der Verteilung ist die Sache erstmal fertig. Das wird eingetragen in die berühmten roten Bücher. Und dann kommt der nächste Stoff Quantum dran. Das heißt, es ist also ein Zweck des Unterrichts, der das Lernen als Lernkonkurrenz organisiert. Dass nachher bei der Feststellung der Resultate eine Verteilung der Schüler rauskommt, die heißt, einige haben den Stoff begriffen, einige haben ihn halb begriffen und einige haben ihn nicht begriffen. Das soll rauskommen. Und dass das rauskommt, wie gesagt, nochmal der Hinweis, die Verteilung auf die auf diese Normalverteilung, ob die jetzt nun steiler oder flacher ist, soll dabei überhaupt keine Rolle spielen, steht dafür. Die Frau, die Lehrerin ist übrigens abgemahnt worden und versetzt worden und der Protest von Schülerinnen, Schülern und Eltern hat da gar nichts genützt. Die Bildungskultur wird hier gesagt, so geht es nicht. Falsches Vorbild, nicht richtiges Vorbild, falsches Vorbild, so geht Schule nicht. Das heißt, zurück auf meinen Hauptgedanken, für den behaupteten Zusammenhang zwischen Leistung und Erfolg, jeder hätte es mit seiner individuellen Leistung in der Hand. Als nächstes Argument, die Relativierung der jeweiligen individuellen Leistung an der Leistung aller Mitschüler gehorcht einem Prinzip und über dieses Prinzip kommen wir langsam auf den Zweck, warum das eigentlich so sein soll und warum das so durchgeführt wird. Übrigens gilt das nicht nur für es kommen nur Einsen raus, sondern genau umgekehrt auch, wenn nur Fünfe rauskommen, dasselbe Fehler, wo es von der anderen Seite her gemacht. Gehorcht einem Prinzip. Er wünscht es eben nicht, dass man raus findet, wer hat den Stoff begriffen und wer hat ihn nicht begriffen, sondern gewünscht ist eine Sortierung und Festlegung der Gesamtheit der Schüler nach guten und schlechten Schülern, die dann als Lernkonkurrenz Sieger und Lernkonkurrenz Verlierer fixiert werden. Man könnte ja immer noch sagen, ein schlechter Schüler, das ist einer, der es nicht begriffen hat, der muss halt geholfen werden in der Schule. Wozu soll denn Schule sonst bitte schön da sein? Also muss man es ihm beibringen? Nein, mit dem Urteil Konkurrenz Verlierer, schlechtes Zeugnis, durch Abi, durchs Abi gerauscht, die Prüfung nicht bestanden und so weiter, wird ein Ergebnis so wie es ist, Erfolg oder Misserfolg festgehalten, fixiert und kriegt seinen amtlichen dokumentarischen Charakter. Jedes Zeugnis, jedes Diplom und so weiter ist nichts anderes als ein Berechtigungsschein, ein Berechtigungsschein, den man auch nicht in die Ecke schmeißen kann und sagen, was soll denn dieser Berechtigungsschein über mich als Person eigentlich aussagen, ich bin doch ein ganz anderer, ich bin doch nicht der Abitur 2,5 oder 4,1, das bin ich doch gar nicht. Nein, in der Schule bist du genau das. Da bist du der Absolvent des Abiturs, Jahrgang so und so, mit der Note so und so und das berechtigt dich zu bestimmten Sachen und zu anderen berechtigt es dich nicht. Und wenn man an die entscheidende Klippe der Sortierung geht, die sie alle hinter sich gelassen haben, nämlich dem Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium in Deutschland lange Jahre nach der Sechsten, dann nach Pisa nach der Vierten, jetzt gibt es einige, die machen es wieder nach der Sechsten, aus Gründen, über die wir nachher noch reden können, dann heißt das, nach vier oder spätestens sechs Jahren wird mit dieser Fixierung eines Konkurrenzresultats, die Kids sind zehn oder zwölf Jahre, über ihre weitere Bildungskarriere ziemlich definitiv entschieden, ziemlich definitiv und ziemlich irreversibel entschieden und dass das Ganze eben nicht nur die Entscheidung für die Schulkarriere ist, sondern dass sich mit der Entscheidung für die Schulkarriere was anderes auf die Entscheidung für die Schulkarriere was anderes draufpflanzt, das ist klar. Dieser Berechtigungsschein, um das nochmal zu sagen, dieser Berechtigungsschein, dieses Zeugnis, Übergangszeugnis, Abgangszeugnis, Diplom, etc., als staatliches Dokument, ist das Urteil über das, was im Folgenden die Person, die da eine Schulkarriere hingelegt hat, gesellschaftlich wert ist. Das ist sie jetzt. Wer jetzt irgendwo antritt und sagt, ich möchte studieren oder ich möchte dies und jenes machen, der hat zunächst mal Zeugnisse vorzulegen. Und da sind immer noch die Zeugnisse der staatlichen Schuleinrichtungen die entscheidenden Geschichten. Das ist da manche Arbeitnehmer auch anders machen, müsste gesondert erklärt werden. Die letzte Auflösung des Zwecks, warum die Schule als Lernkonkurrenz diese Verrücktheit praktiziert, dass das Festhalten oder die Produktion von schlechten und guten Schülern ihr Werk ist, kriegt man mit, wenn man einfach aus der Tatsache, dass das hiesige Schulwesen in Österreich genauso wie in Deutschland zwei beziehungsweise drei geteilt ist. Ja, warum denn bitteschön? Wenn sowieso alle das Vermögen hätten und die Möglichkeit, ihnen eröffnet würde, das Abi zu machen, dann könnte man die Realschulen und die Hauptschulen dicht machen. Ja, wozu gibt es denn die? Die gibt es aus keinem anderen Zweck, als das per früher Fixierung der Resultate der Lernkonkurrenz der Nachwuchs verteilt werden soll auf diese verschiedenen Schultypen. Der Vorgabe dieses Schulwesens selbst, dreigeteilt, zweigeteilt und so weiter, ist zu entnehmen, dass der Nachwuchs selbst nach niedrigerer und höherer Bildung sortiert werden soll. Das ist die bildungspolitische Vorgabe, unter der die gesamte Konkurrenz steht. Das kann man auch noch mal theoretisch fassen. Man kann sagen, die Konkurrenz, die Lernkonkurrenz, in die Schülerinnen und Schüler sich begeben, Studierende wie gesagt genauso, ist eine Konkurrenz, die weder von Ihnen veranstaltet ist, da müssen Sie rein, anders geht Lernen gar nicht, und deren Zwecke auch in der Konkurrenz gar nicht von Ihnen bestimmt sind, sondern von Ihnen vorgegeben sind. Kein Schüler, kein Student sagt, ich möchte zu den Schulverlehrern gehören. Wer sagt denn das? Es treten doch alle an und sagen, natürlich möchte ich ein möglichst gutes Zeugnis haben. Ich weiß ja, was davon abhängt, gerade heutzutage immer mehr. Die Vorgabe heißt aber, ihr mögt das wohl alle wollen, aber das Verfahren eures Lernens ist bildungspolitisch so konstruiert, dass ihr euch sortiert, wie auch immer, wer auch immer wohin kommt, ihr euch sortiert nach Hauptschüler, Realschüler und Gymnasien. Das ist, ich habe es eben schon angedeutet, nichts anderes dann als die Vorverteilung, also die Verteilung auf die Züge des Bildungswesens, wo sich die Absurdität auch nochmal deutlich macht, dass die jenigen, die eigentlich am meisten lernen müssen, am meisten Nachholbedarf hätten, in jene Schulen verfrachtet werden, wo man am wenigsten lernt, Haupt- und Realschule. Das ist jetzt nicht etwa ein Versehen und eine große Ungerechtigkeit, sondern das ist bildungspolitische Absicht. Ja, die sollen dahin und zwar aus keinem anderen Grunde, das deutlich mal nur an, das wäre Gegenstand eines eigenen Vortrags, weil die Sortierung nach Bildungszügen natürlich so etwas wie die Vorentscheidung sein soll für die Verteilung des gesamten Nachwuchs auf die Hierarchie der Berufe und da kann man eben hierzulande in der Marktwirtschaft oder Kapitalismus, ist mir jetzt egal, wie man das sagt, wie man das nennt, da braucht man eben nur einige ausgewählte Leistungsträger, die bilden dann die Elite und da braucht man eine große Masse von Leuten, die müssen dann nur wenig können, die brauchen nicht so viel zu lernen, die als die Masse der Arbeitskräfte, der Lohnarbeiter, der Angestellten und so weiter Dienste verrichten müssen. In welchen Proportionen die Verteilung jeweils geschieht? Ja, das hängt ab von aktuellen bildungspolitischen Entscheidungen. Das ist mal ist die Verteilung 70-30 zu Ungunsten der Hauptschüler, 70% des gesamten Nachwuchses von der weiterführenden Bildung ausgeschlossen werden, mal ist es 60-40 und so weiter. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die jeweilige bildungspolitische Entscheidung abhängig ist von Entscheidungen über die Entwicklung des Standorts, der Standort Konkurrenz und so weiter und so fort. Es bleibt also festzuhalten, dass dieser pädagogische Imperativ Tue mehr für die Schule, dann werden auch deine Noten besser nicht haltbar ist. Er verspricht ein Ergebnis, dass durch das Verfahren eben das als Konkurrenz organisierte Lernen, also durch Leistungslernen gebunden an das äußere Korsett einer Zeitvorgabe, durch Relativierung individueller Resultate am Durchschnitt, durch Gleichbehandlung, Sortierung nach Noten, Ausschluss der Mehrheit von höheren Bildungskarriere notwendigerweise untergraben wird. Als theoretisches Urteil ist also dieser Imperativ eine Dummheit und diese Dummheit ist als theoretisches Urteil jetzt erst mal widerlegt. Jetzt hängt an der Dummheit noch ein zweiter Punkt. Insgesamt hängen drei Punkte an der Dummheit. An dieser Dummheit, die auf den Namen Leistungsprinzip hört. Hängt nämlich zugleich und das lernt man auch in der Schule die Anleitung für die praktische Einrichtung in der Konkurrenz. Und wo die falschen Urteilen über das, was die Schülerinnen und Schüler als Mittel ihres Erfolgs haben. Durch falsche Urteile bestimmte sind die praktischen Handlungsweisen, die daraus folgen, notwendigerweise ärgerlich bis gemein. Ich habe schon gesagt, wer es gemäß dieser Dummheit zu etwas bringen will, muss nicht nur was leisten, sondern er muss mehr leisten, mehr leisten als die Konkurrenten. Und das heißt, wer in der Schulkonkurrenz zu den Siegern gehören will, muss letztlich dazu beitragen, selbst dazu beitragen, andere zu Verlierern zu machen. Wie geht das? Wie geht das? Das ist schwierig. Es ist deswegen so schwierig, weil die Schüler ja gar nicht das Maß für den Erfolg in ihrer Hand haben. Sie wissen ja gar nicht, was jeweils im Einzelnen zu der guten Note führt und was nicht. Sie wissen nur eins, sie müssen stucken, sie müssen lernen, was es aber dann in der Reproduktion des Gelernten für eine Note bringt, wissen sie gar nicht. Gewissermaßen, ich nenne das mal so, strengen sie sich immer ins Ungewisse hinein an, immer. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Übrigens aus dieser Anstrengung ins Ungewisse hinein resultieren auch alle Ängste, resultiert der ganze Stress von Prüfungen und Klassenarbeiten. Man sitzt da und schwitzt, erstens, weil man zusehen muss, dass man das Zeug in der Zeit hinkriegt und wenn die Arbeit losgeht und erst recht dann, wenn die Hefte zurückgegeben werden, hat man Angst, wenigstens die meisten oder viele, weil man nicht weiß, was rausgekommen ist. Also wer sagt, ich muss etwas tun und besser sein als andere, der weiß gar nicht, was er tun soll, der hat erst mal gar kein anderes Mittel für dieses Konkurrenzziel als sich anzustrengen. Daraus resultieren aber, weil das nicht geht eigentlich, resultieren ärgerliche Formen des Umgangs der Schüler miteinander und in diesen Leistungsvergleichen. Da versuchen Schüler zum Beispiel, in der Universität ist es genauso, sich gegenüber dem Lehrer im Vergleich mit den Mitschülern ganz getrennt, ganz getrennt von dem Leistungsvergleich, ganz direkt im Umgang mit dem Lehrer als Schülerperson besonders hervorzutun, als Schülerperson, die sich als Hüter der Lehrermaßstäbe aufführt, die sich als Knecht des Pädagogen aufführt, das sind dann die berühmten Taschenträger, die stehen dann schon am Fahrradstand und warten, dass sie die Tasche reintragen können, aus keinem anderen Grunde, um auf diese Art und Weise als der individuelle Schüler besondere Beachtung und deswegen bei der Notenvergabe dann auch besondere Beurteilung zu verdienen. Das resultiert aus diesem Widerspruch, sich in der Konkurrenz besser als andere betätigen zu müssen, ist aber gar nicht zu können. So wird es andersrum gemacht, natürlich taugt auch das Mittel nichts, denn was ein Lehrer da von dieser Schleimerei, von dieser Anbieterei hält, das kommt eben manchmal ganz drauf an, manche fühlen sich dafür da gebauchpinselt und anderen ist das gar nicht recht. Auch mit anderen Konkurrenz Techniken geht man auf diese Art und Weise mit den Anforderungen der Konkurrenz um. Was ist das Schummeln? Was ist eigentlich das Schummeln? Heißt das hier auch Schummeln in Österreich? Aber Sie wissen was gemeint ist. Schummeln ist der Versuch mit allen möglichen Hilfsmitteln in der Klassenarbeit im Test Wissen, das man nicht hat vorzutäuschen. Wissen, das man nicht hat vorzutäuschen. Wissen, das als Ergebnis des vergangenen Unterrichts nicht da ist, so zu präsentieren, als sei es da, mit Hilfe von Spickzetteln, neuere Techniken über Handys und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Stellung des Schülers zum Resultat der Schule, das ausgesprochen ärgerlich ist. Da sagt der Schüler nicht etwa, hallo Herr Lehrer, ich kann die Arbeit nicht mitschreiben, Sie haben es mir gar nicht beigebracht, was soll der Unfug, sondern stellt sich zu dem Resultat des Unterrichts, das an ihm hergestellt worden ist, er hat es ja nicht begriffen, so, dass er es sei ein erfolgreiches Resultat da, wenn es auffliegt, hat er die berühmte, wie heißt das, darf ich das hier sagen, Arschkarte gezogen. Umgekehrt ist es, wenn die Wissensmängel verborgen werden, also Wissen vortäuschen, Kehrseite ist Wissensmängel verbergen. Tausend Techniken kennt man in der Klasse, da stellt der Lehrer eine Frage und dann gehen die ersten Finger hoch und wenn ordentlich viele Finger hoch sind, dann kann man als jemand, der von Duteneblasen keine Ahnung hat, den Finger auch schon mal hochheben, dokumentieren, ich bin dabei bei der Sache und habe es und in der Hoffnung, im Fingerwald fällt meiner nicht so auf, dass der Lehrer mich ran nimmt, wenn er dann doch angenommen wird, dann kennt man das ja auch, gerade eben hatte ich es noch, jetzt habe ich es gerade vergessen und so weiter. Lauter Touren, ärgerliche Touren der Schüler, mit denen sie sich akkommodieren, mit dem an ihnen hergestellten Resultat des Unterrichts, die Sortierung nach Wissen und Nichtwissen. Wo gibt es das, dass Schüler geschlossen sich hinstellen und sagen, Schule ist zum Beibringen da, ich habe es nicht kapiert, solange ich es nicht kapiert habe, wird hier nichts weitergemacht. Wo gibt es denn das? Übrigens, kleine Nebenbemerkung noch dazu, ausgerechnet diese Tour, Wissensdefizite zu verbergen, gilt nicht nur in der Schule, sondern auch im Leben außerhalb der Schule als ausgesprochen schlau oder gar vernünftig. ich bin doch nicht so dumm und lasse den Lehrer merken, dass ich nichts kapiert habe, dann kriege ich ja eine Fünfe angeschrieben oder sowas. Oder außerhalb der Schule genau dasselbe, ich bin doch nicht so dumm und binde den Personalchef bei meiner Bewerbung auf die Nase, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Und so weiter und so fort. Ausgesprochen ärgerliche Geschichten, weil jetzt als Beleg der Vernunft das Gegenteil von Vernunft gilt. Wenn der Vater, ich muss noch mal ein anderes Beispiel zu sagen, wenn der Vater zu seiner Tochter oder zu seinem Sohn die ständig Ärger mit dem Lehrherrn hat und sich nicht alles gefallen lässt, sagt, Kind, nun werd endlich vernünftig. Dann meint er ja nicht, Kind, mach dir klar, was die Lehre ist und lehn dich auf dort, wo du meinst, dass dir ein Schaden oder ein Unrecht zuteil wird. Nein, umgekehrt. Mach da nicht immer so frech die Schnauze auf. Unterwirf dich heißt das. Also ausgerechnet dieses Verstecken von Wissensmängeln, von anderen Defiziten, von Beschädigungen und so weiter, gilt hierzulande geradezu als vernünftig. Ich komme Ich komme Ich mache noch eine Bemerkung, ehe ich zu meinem letzten, zu meinem dritten Punkt komme. Über diese Art und Weise richtet das Lernen in der Schule den Verstand des Nachwuchses schlimm zu. Und ich muss sagen, auch hier in diesen heiligen Hallen, das zieht sich durch bis in die Universitäten. Ich habe 35 Jahre Lehrtätigkeit auf dem Puckel und ich weiß, was ich sage, wenn ich sage, diese Dummheitserziehung zeitigt Früchte bis in die Universitäten hinein und zwar nicht schlecht. Ich will es mal folgendermaßen noch, so dass es Ihnen auch deutlich wird, klar machen. Wo das Lernen als Lernkonkurrenz organisiert ist, da reißt von vornherein nicht die in Anführungszeichen Unsitte ein. Lerninhalte auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen. Zu fragen, stimmt das eigentlich, was der Lehrer uns da in Naturwissenschaften, Sozialkunde, Wirtschaftskunde, Geschichte und so weiter beibringt. Gelernt wird, was von der Schule als Stoff präsentiert wird und gelernt wird es so weit oder mit dem Standpunkt, wie die Aneignung in der Schule nützt, denn jede Aneignung von Stoff wird ja in der Schule verstanden vom Schüler als Bewährungsprobe in der Konkurrenz. Wo der Erfolgsmaßstab des Lernens die gute Note ist und nicht das Begreifen der Sache, wo mit Noten belohnt wird, wenn gefordertes Wissen in geforderter Weise, in geforderter Zeit wiedergegeben wird, dann stellt sich darüber ein Standpunkt ein, der heißt Gleichgültigkeit gegenüber den inhaltlichen Bestimmungen des Lernstoffs in den einzelnen Fächern. Es stellt dann eben der Lernstoff bloß das Material dar, das relativ gleichgültige Material dar, für den Versuch gute Noten zu bekommen. Sie in Ihren Vorlesungen objektiven Sachverhalt lernen und welche nicht, kann man da was zusammen muddeln oder wie auch immer. Nein, Sie haben es sich angewöhnt in der Prüfung dann zu sagen, auf entsprechende Frage, die behäfisch- juristische Lerntheorie ist das, die konstruktivistische Lerntheorie ist das, die psychoanalytische Lerntheorie ist das. Diese instrumentelle Stellung zur Wissensaneignung ist ein Verbrechen gegen den eigenen Verstand, muss ich mal so sagen. Der eigene Verstand, der eigentlich dazu da ist, sich Klarheit über die Welt zu verschaffen, die auf den Standpunkt zu stellen, mal zu begreifen, was ist eigentlich der ganze Laden, in dem ich lebe, in dem ich mein Leben organisieren soll, will und muss, was hat es eigentlich mit all den Hindernissen, die mir von vornherein, von Kindesbeinen an aufgenötigt werden, auf sich, warum sind die eigentlich da, warum fällt es mir so schwer, die Miete für das Studentenwohnheim oder die Wohnung aufzubringen, warum wird mir das Studium so schwer gemacht, warum weiß ich überhaupt nicht, was ich nachher mit meinem Diplom anfangen soll, warum gibt es so viele Diplomanen, die nachher sowieso nur Taxifahrer werden, dafür wäre der Verstand da, sich das gründlich anzueignen, von klein an, von der ersten Klasse an, wird man zu der instrumentellen Stellung zu dem, was das Wissen über die Welt ist, ob es jetzt falsch oder wie richtig ist es mir jetzt wurscht, erzogen, nur so weit wird es angeeignet, wie es für den ganz anderen Zusammenhang gute Noten der Lernkonkurrenz taugt. Übrigens führt das so weit, das ist dann der Gipfel dieses Verbrechens am eigenen Verstand, dass das Lernen selbst ein negatives Vorzeichen bekommt. Lernen, verdammt nochmal, das ist der Vorgang, in dem man sich gegebenes Wissen, gegebene Erkenntnis über Natur und Gesellschaft mit eigener Hilfe oder mit fremder Hilfe aneignet und dann die Welt begreift. Das ist das Mittel, das ist Lernen. Ob man es in der Schule macht, mit einem guten Lehrer zu Hause oder per Internet, ist jetzt völlig wurscht. So macht man sich dann die Welt erst mal geistig zu eigen und das kriegt aufgrund der Schule das negative Vorzeichen. Da rufen die Freunde unten von der Straße nach oben zu dem Schüler, hey, wir gehen Fußball spielen, kommst du mit? Und der sagt, nein, ich muss leider noch lernen. Der sagt, nicht, hör doch mit dem blöden Fußballspiel auf, ich möchte viel lieber lernen. Wer sagt denn das heute noch? Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die dritte Abteilung der Dummheitserziehung jetzt nur an dem Thema Lernen als Leistungslernen, als Lernkonkurrenz organisiert. Ihre Produktivkraft oder eine weitere Produktivkraft entfaltet diese Dummheit schließlich nun mal besonders in der Art und Weise, wie die Schüler und Studenten, aber auch die Lehrer, die Ergebnisse der Konkurrenz bilanzieren. Jetzt ist das Zeugnis verteilt, jetzt ist das Abizeugnis gegeben, jetzt ist die Entscheidung, Übergang zum Gymnasium, ja oder nein, zur höheren Schule, ja oder nein, erteilt. Wie geht jetzt aufgrund dessen, was man an Dummheiten über die Konkurrenz gelernt hat, der Schüler oder wie soll er, muss ich sagen, damit umgehen? Und zwar sowohl mit Erfolg als auch mit Misserfolg. Das kennt auch jeder. Das Erste ist, wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht, dass man die gelernte Dummheit, das gelernte falsche Urteil über den Zusammenhang von Leistung und Erfolg auf das Ergebnis anwendet und sagt, dann habe ich mich halt nicht genug angestrengt. Man lastet das Werk des Bildungswesens, das Werk der Schule sich selbst an. eine Form der theoretisch falschen Selbstbezichtigung. Wieso soll es denn an mir lehren liegen, wenn die Schule aufgehört hat mit dem Beibringen, obwohl ich es noch gar nicht verstanden habe? Jetzt soll es an mir liegen. Das ist die Konsequenz der Anwendung dieser Leistungsideologie auf das Resultat. Der nächste Punkt ist nicht selten, wird dann der Übergang gemacht und entweder vom Lehrer selbst, von den Eltern oder von den Schülern die Frage gestellt, ob es wirklich daran liegt, dass der Mensch sich nicht genug angestrengt hat oder ob es vielleicht daran liegt, dass es ihm überhaupt an Vermögen zur Anstrengung fehlt. Das ist ein harter Übergang, ein ganz harter Übergang. Alles, was so mit Leistungsfähigkeit, Lernfähigkeit bis hin zu Begabung und so weiter formuliert wird, macht diese Selbstbezichtigung richtig zu einer Naturalisierungssache. Naturalisiert die Selbstbezichtigung. Sagt, ja, das Anstrengen, das mir jetzt empfohlen wird, das geht ja gar nicht, weil es mir an Vermögen dazu fehlt. Wohlgemerkt, der Ausgangspunkt ist immer, das ist das Werk der Schule, das da in dieser Weise falsch beurteilt legitimiert wird. Und jetzt soll es nicht nur an seiner falschen Einlassung auf die Konkurrenz liegen, sondern jetzt soll es daran liegen, dass es ihm überhaupt seinen Anlagen nach daran fehlt, daran mangelt, sich in der Konkurrenz bewähren zu können. Das Blöde an der ganzen Geschichte und das kann man auch für sich nur mal sagen, dass diese Urteile, die immer sagen, dem fehlt es an Anlagen, die Fähigkeiten sind halt nicht da und so weiter, ist, dass das immer nach erfolgtem Lernvorgang als Urteil festgehalten wird. Nach vier Jahren Schule, nach zehn Jahren Schule, nach dem Abitur und so weiter. Das ist deswegen so blöd und wissenschaftlich nicht zu halten, weil man dann gar nicht sagen kann, ist das Ergebnis das Ergebnis von zehn Jahren Schule oder ist das Ergebnis von Anlagen. Ich halte von der ganzen Anlagentheorie sowieso nichts, kann man in meiner Erziehung Kapitalismus nachlesen. Aber auf jeden Fall ist es unredlich, weil selbst ein redlicher Wissenschaftler, der diesen Anlagenquatsch im Kopf hat, sagen müsste, naja, feststellen kann ich es nicht, weil der hat ja schon zehn Jahre gelernt. Also kann es genauso gut das Resultat von Lernen sein, als das Resultat von Anlagen. Noch ein Punkt ehrlicher müsste er sein, wenn er an dem Quatsch festhält und sagt, ach, machen wir es doch uns einfacher, den Kindern einfacher und das spart überhaupt Kosten. Alle werden mit fünf Jahren einem Test unterzogen auf Anlagen und Fähigkeiten und dann wird gleich mit sechs Jahren entschieden, ach, der wird sowieso nur Melker, Friedhofsgärtner, Friseur oder sowas und die anderen, die haben mehr Anlagen, die kommen dann gleich in die höhere Abteilung. Es wird nicht gemacht. Praktisch ist das ganze Schulwesen, so wie ich es jetzt vorgestellt habe, diese organisierte Lernleistungskonkurrenz, die praktische Widerlegung dieses gesamten Begabungsunflugs, die sagen, nein, die sollen sich in der Leistung bewähren, die sollen Leistung bringen und danach sortieren wir sie. Übrigens dazu vielleicht auch noch eine Fußnote, weil das für viele vielleicht ein ungewohnter Gedanke ist, wie mit diesem Begabungsargument verfahren wird. In Deutschland gab es 1968 eine sogenannte Bildungskatastrophe, eine sogenannte erste Bildungskatastrophe, die bestand darin, dass die deutschen Bildungsbürger festgestellt hatten, hallo, wir haben ja bloß 15 Prozent Abiturienten pro Jahrgang, die Franzosen haben 25, die Engländer haben 32 oder so ähnlich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Da müssen wir unbedingt aufholen, denn wenn wir nicht aufholen, dann gerät Deutschland über die schlicht ausgebildete Ressource Bildung fürchterlich ins Hintertreffen in der ökonomischen Konkurrenz mit den anderen europäischen und nicht europäischen Staaten. Vorher hieß es, 15 Prozent Abiturienten entspricht dem Begabungsprofil der Nation. 15 Prozent sind halt begabt fürs Gymnasium, 85 Prozent sind halt irgendwie unbegabt. Kaum war jetzt diese bildungspolitische Debatte in Gang und es hieß, wir brauchen unbedingt 30 Prozent, hat die Begabungstheorie einen Schwenk gemacht oder kamen innerhalb der Begabungstheorien folgende Theoretiker ganz groß raus, die sagen, wie ich immer gesagt habe, Begabung ist keine Frage der Anlage, sondern Begabung kommt von Begaben, also muss man ganz viel lernen. Ja, und auf einmal war es dann auch so, dann konnte man mit einem Zeugnisdurchschnitt von 3,5 aufs Gymnasium und vorher musste man 2,8 haben und die Begabungsdiskussion nahm eine andere Richtung. Das ist ein schönes Beispiel über die Unreglichkeit der Wissenschaft, die sich als Erfüllungsgehilfe der Bildungspolitik versteht. Das sind die Abteilungen der Bilanzierung, übrigens bei den Siegern genauso. Die Verlängerung des Urteils ich habe mich nicht genug angestrengt zu, ich kann das gar nicht, weil es mir an Vermögen dazu fehlt, führt natürlich zu Formen der Personenbeurteilung, die gleich ins Psychologische gehen. Ja, was ist denn mit dem Selbstwert eines Menschen, der sagen, oh wei, das Urteil über mich heißt, ich bin ein Versager von der Anlage her. Was machen Menschen, die sich mit diesem Urteil herum, diesem Fehlurteil herumschlagen müssen? Ich will das nicht weiter ausführen, das wissen Sie, was es da gibt an Abgängen, Drogen, Alk, Suizid und so weiter. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, das Urteil, was die Schule über mich gefällt hat, ist doch nicht das Urteil über mich. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Gibt es auch. Und es gibt übrigens auch welche, um das nur als Fußnote anzuführen, die sagen, was die Schule sagt, ich sei ein Versager, ich habe ein ganz anderes Urteil von mir, ich bin überhaupt der coole Siegertyp und das beweise ich denen jetzt mal und zeige denen, indem ich mit der Knarre in die Schule gehe, wer hier eigentlich Macht hat und wer nicht Macht hat. Das sind alles Konsequenzen des psychologisierten Umgangs mit den Resultaten von Konkurrenz. Beziehungen. Ich komme zum Schluss. In der Unsitte sich die eigene Lage mit falschen Urteilen so zurechtzulegen, dass man sie als selbst verschuldet deutet oder gar als anlagengemäß oder menschengemäß deutet. Ich habe ein paar Argumente, es gibt noch viele Argumente, das kann man nicht alles in einem Abend erledigen. Diese Unsitte ist nichts anderes zusammen mit der widerlegten Dummheit der Leistungsideologie, die die Parteilichkeit des Denkens des erzogenen Konkurrenzsubjekts ausmacht. Dummheit ist nichts als der parteiliche Gebrauch des Verstandes. Wer dies alles schluckt, sagt, Konkurrenz geht in Ordnung. Konkurrenz gehört zum Leben dazu. Es muss in der Gesellschaft so sein, dass es immer einige Verlierer und einige Gewinner gibt. Aber ich habe doch in dieser Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet bekommen, mich mit meiner eigenen Anstrengung als Gewinner hoch zu arbeiten. Wer so rücksichtslos gegenüber eigenen Erfahrungen an diesen Verhältnissen festhält und nicht irritiert ist dadurch, dass obwohl sich die Mehrheit der Menschen hierzulande dieses Urteils annehmen annehmen es sich zur Handlungs Maxime machen immer wieder rauskommt, dass ein großer Teil eben nicht zu denjenigen gehören, die es mit ihrer Leistung zu einem einigermaßen vernünftigen Leben schaffen. Da stellt sich schon die Frage, warum diese Dummheit eigentlich so resistent ist gegen alles, was man aus einem Blick auf diese Gesellschaft sofort offenbart. Naja, die Erklärung dieser Resistenz ist nichts anderes als, das sage ich nur mal in Kurzfassung, als der Schluss darauf. In dieser Gesellschaft darf ich doch alles Mögliche, also ist sie auch für mich da und wenn ich nicht zu dem komme, was ich will, dann liegt es ja wohl an mir. Das ist nichts anderes als dieses parteiliche Denken zu einem Standpunkt zur Welt ausgearbeitet zu haben. Das ist das Fundament dann, auf dem große Teile nicht nur der Konkurrenz Verlierer, sondern auch der Konkurrenz Gewinner durchs Leben gehen. Und mit dieser falschen parteilichen Verstandesleistung ist man natürlich hierzulande sehr gefragt. Macht. Weil mit dieser falschen parteilichen Verstandesleistung bleibt man, wird man und bleibt man aus ganz freien Stücken, mit lauter falschen Argumenten und Entscheidungen im Kopf. Dienstleister, um nicht zu sagen Knecht, an den Zwecken, die hierzulande nun mal die Gesellschaft beherrschen, die Zwecke von Staats und Geld macht. Und genau darauf zielt die Erziehung zum selbstbewussten Konkurrenzsubjekt dieser Abteilung der Dummheitserziehung auch ab. Erziehung Erziehung